Musik 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 Ein Holzglücksei? Glückseier braucht man auch jede Menge. Oh! Oh, scheiße! Au, au, au. Ich bin voller Wespenstiche. Oh nein. Ein Wespen-Nest. Wie schnell... Wie schnell sind wir jetzt wieder gesund? Und? Dauert das jetzt bis morgen? Autsch, au, 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 au. Ich arme, arme. Ich würde ganz gerne noch irgendeine Holzsorte. So ein Eier-Design wäre doch nicht schlecht. Oh, das ist die Idee für neue Bastelanleitung. Ich habe wieder was dazu gelernt. Was habe ich denn gelernt? Häschen-Tag-Hocke, Häschen-Tag-Bett, Häschen-Tag-Lampe, Eierschale, Laubeierschale, ein paar Holzei-Schuhe. Oh, wie süße sind die denn? Holz-Glücks-Ei-Outfit. Oh. Oh. Oh mein Gott, ist das süß. Wir können uns zum Ei machen. Das ist ja voll niedlich. Ich wollte schon immer mal ein Ei sein. Dinge, die Kaddi sagt. Also wir haben auf jeden Fall jetzt schon jede Menge Holzeier. Aber wie sieht es denn mit dem Holz an sich aus? Hartholz und normales Holz. Jetzt kriegen wir hier immer das raus, was wir... Ah. Ich würde ganz gerne das normale Holz mal abgeben. Jetzt kriegen wir hier die ganze Zeit Weichholz raus. Und Hartholz. Gut, Hartholz fehlt auch nicht mehr das allermeiste. Das ist normales Holz. Nein. Vielleicht kann ich gar nichts mehr sehen. Scheiße. Scheiße. Kann ich da irgendwie... Kann ich den Viechern irgendwie fliehen? Oh nein. Ups. Auf dem Holzweg. Auf dem Holzweg. Ressourcen wie Holz sind eine der Grundlagen für den wirtschaftlichen Aufschwung dieser Insel. Deshalb belohnt Nuck Inc. alle, die den Bäumen möglichst viel Holz abbringen. Aggressiver Problemlöser. 500 Bonusmeilen. Ja gut. Halt, ich wollte doch... Wir haben doch noch mehr. Wer die Wespe stört? Du wurdest mit zerstochenem Gesicht noch einmal von Wespen gestochen? Das ist bitter, aber als Trost gibt es zumindest Meilen für dich. Du solltest Stiche immer schnell mit Medizin behandeln. Wie kriege ich denn Medizin? Weinerliche Memme. Sehr gut. Ich weiß nicht, wo ich Medizin herkriege. Da bin ich überfragt. Wahrscheinlich kann ich das mega teuer bei Nuck kaufen. Aber noch einmal normales Holz. Ein normales Holz, bitte. Ich weiß nicht mehr, was ich hier noch hauen kann. Den kann ich noch hauen. Da ist noch ein normales Holz. Ja, das heißt, ich kann einmal Holz abgeben. Oh, warte mal. Da ist... Oh, da war eine. Ja, da ich jetzt diese Folge ziemlich lange aufnehme, ist das jetzt schon Part 2. Ich habe nämlich eben spontan dazu entschlossen, das einfach mal in der Mitte zu cutten, diese Aufnahme. Aber habe ich bislang bei Animal Crossing noch nicht gemacht. Aber machen wir jetzt einfach mal so. So. Zum Ladenbau. Ich will was beitragen. Oh, etwas spenden. Das hört man gern. Da danke ich aber im Namen des ganzen Unternehmens. Na sowas. Du hast hier Holz dabei. Wolltest du vielleicht 30 Stück davon für unser neues Geschäft spenden? Ja. Ich bedanke mich. Damit drückt der Traum vom neuen Geschäft gleich ein Stückchen näher. Hier. Ein Dankeschön des Hauses. Ein Feierabendrock. Nur für dich. Kommt von Herzen. Oh. Wir würden uns schrecklich freuen, falls du uns auch mit dem restlichen Baumaterial helfen könntest. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ähm. Was sagt dann eigentlich er hier? Mit ihm haben wir... Mit Tom haben wir schon lange nicht mehr gesprochen. Ah, Kaddi. Hallo, hallo. Was darf sein, was liegt an? Sag. Ich bin ganz ohr. Ach ja, hier. Einweilung können wir auch noch feiern. Das machen wir aber nicht mehr heute, glaube ich. Ja, ja. Die ewige Frage. Ich denke... Ich danke dir, dass du dir beim... Ich danke dir, dass du beim Sammeln der Materialien für den Laden hilfst. Okay. Das heißt, wir können momentan gar nichts anderes machen. Warte mal. Können wir... Hat der vielleicht Medizin für uns? Campingkocher und Schlafsack. Wackelangel. Medizin. Ich kaufe mal nur eine Medizin. Oh, du scheinen schon ziemlich viele Dinge mit dir rumzutragen. Zu viele. Komm bitte wieder... Was? Ich habe keinen Platz mehr in der Tasche. Habe ich irgendwas, was ich verkaufen kann? Wir verkaufen mal die Koralle. Das. Den Sonnenbarsch. Den Döbel. Ich hätte noch das Unkraut verkaufen können. 1580 Sternis. Das ist nett. Vier mal dankt. Ja, ich danke auch. Danke ebenfalls. Ja, wie kann ich denn... Hallo. Ich will auch meine Medizin jetzt kaufen. Ja. Nein. Eine reicht. Was haben wir sonst noch hier bekommen? 5 an Pflanzensamen. Was können wir kaufen? Rot-Anemoden haben wir schon gekauft. Zwiebel und Weißkosmeer. Dann kaufen wir mal 5. Dann kaufen wir von dem auch noch 5. zack. Geben wir mal richtig Geld aus. Nadelbaum-Setzling. Setzling. Wir haben keine Nadelbäume auf der Insel, oder? Kaufe ich mal einen von. 46 Sternis. Das ist auch schon ziemlich teuer, ne? Das haben wir hier unten. Mein erstes Bastelbuch. Wackelaxt, Wackelgießkanne, Wackelschaufel. Ähm... Medizin, einnehmen. Ja, wir können wieder aus den Augen gucken. Yay! Amen. So, und was haben wir abgeschlossen bei unseren Nuckmeilen? Muschelsammler. Wer viele Muscheln verkauft, erhält viele Nuckmeilen. Um auch möglichst viele Sternis dabei zu verdienen, merke dir, welche Muscheln am meisten wert sind. Ja, das habe ich bislang noch nicht getan. Schummelnder Perlentaucher. Gebt nochmal 300 Meilen obendrauf. Aber ich bekomme Mitte April... Ach, wir hatten gar nichts mehr. Ich bekomme Mitte April, ähm, bekomme ich ein, ähm, ein, 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 bekomme ich das Begleitbuch. Das hatte ich mir vorbestellt. Und da stehen bestimmt jede Menge Tipps drin. Das hatte ich ja auch schon mal erzählt, dass ich das bekomme. Also, als ich es vorbestellt habe, das kriege ich nicht so. Ähm. Rot-Hiazinten. Ich glaube, ich habe das aber ziemlich bescheuert hier gepflanzt. Die, das, die anderen da, weil... Ich dachte ja erst, ja, so vielleicht so ein bisschen wie ein Beet. Aber nein. Das Unkraut, hier können wir auch mal ein bisschen einsacken. Da können wir stattdessen auch ein paar schöne Blümchen hinpflanzen. So. Dann pflanzen wir hier noch sowas hin. Und hinter die Werkbank, da... ...kommt auch noch sowas hin. Und da kommt das dann noch hin. So. Ich glaube, wir haben jetzt hier was für Pflanzen... ...äh, Pflanzen gekriegt. Äh. So, Meistergärtner. Je mehr Blumen hier wachsen, desto schöner ist unsere Insel. Deshalb verleihe ich den fleißigsten Blumenpflanzern die begehrten Nuckmeilen. Oha, Gewächshausblume. 300 Nuckmeilen. Aber wie habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich doch welche im Inventar, ne? Ja. Könnte ich die jetzt rein theoretisch auch wieder pflanzen, wenn ich jetzt hier... Sagen wir mal... Ich grabe da ein Loch. Toll. Und ich grabe Unkraut aus. Nee, das funktioniert so nicht. Wie kann ich denn... Wie kann ich denn, wenn ich jetzt Blumen geerntet habe, in Anführungsstrichen, wie funktioniert das denn? Ich glaube, wenn ich die so ausgrabe, dann kann ich die anders platzieren, ja. So. Dann müssen wir dann mal noch ein bisschen basteln. Auch mit den ganzen Blümchen. Die ich jetzt von der Chrissy noch bekommen habe. Dass das schön aussieht. So. Bin ich doch mal gespannt, wie das aussieht, wenn wir damit fertig sind. Wespennester. Was ich jetzt noch herstellen wollte. Das können wir aber oben bei uns machen. Ähm. Nee, wisst ihr was? Ich stelle jetzt gerade erst mal gar nichts her. Wir gucken jetzt erst mal noch, was wir jetzt noch für Frisuren gekriegt haben. Was wir für Frisuren gekriegt haben. Und, ähm, für Designs. Das war aber über die App. Da, Designs, genau. Profi Designs. Danke, dass du dich für die Profi-Version der Designer-App entschieden hast. Mit der Profi-Version kannst du Farben bearbeiten, Profi-Designs erstellen. Und wir hoffen, dass du viel Freude daran haben wirst, deine Kreativität mit diesen Funktionen freien Lauf zu lassen. Okay. Alter Shirt, Lausch-Pulli, Akzent-Hoodie, Kosmea-Hoot, Schleifenmütze, Wellenkleid, Blumenkleid, Knopfkleid. Hm. Okay. Da habe ich jetzt definitiv aber nicht den Nerv zu, das alles einzeln einzufärben. Es ist krass, dass das geht. Aber da braucht man ja Stunden. Da braucht man ja Stunden, bis man das fertig hat. Guck mal, ich bin jetzt eigentlich auch ein bisschen heller geworden, ne? Ich bin ja nicht mehr ganz so dunkel, weil jetzt bin ich ja gerade nicht auf der Sonnenbank. Frisur, was haben wir denn sonst noch so bekommen? Ah, Zäpfchen. Die Frisur hat Chrissy. Bekribbelt die Stirn. Ich glaube, ich bleib bei der hier. Ach du Schande. Ich kann allen Ernstes mit den Designs mein Gesicht bemalen und es sieht schrecklich aus. No offense. Ich will niemanden angreifen, der das toll findet und vielleicht selber auch so rumläuft. Also nicht falsch verstehen hier. Ähm... War gerade eine Heuschrecke. Beziehungsweise eine Nasenschrecke. Hm. Nee, Schaufel wollte ich nicht. Ich wollte... Den Sprungstab. Ich wollte doch... Ah, guck mal. Hier ist die heutige Flaschenpost. Cool. Was haben wir denn diesmal da für ein Rezept drin? Heyho, unbekannter Glückspilz. Hatte die Tage beim Joggen voll das Läuferhoch und prompt ist mir eine Bastelanleitung eingefallen. Ich habe sie dann zwischen zwei Workouts flott aufgeschrieben. Lass es krachen. Dieter. Muskelpaket. Biegenstock. Oh, das ist ja cool. Ihr seht bestimmt total süß aus vor unserem Haus. Darf ich mich nur nicht wieder stechen lassen. Oh, guck mal. Können wir doch noch einen Fisch fangen. Muss der denn jetzt Gas geben und da irgendwo hin? Da, Fischi. Ja, er hat den... Er hat den Köder gesehen. Okay. Wir haben schon wieder ein Wasserei rausgezogen. Ein Glücksei. Ja, gut. Äh, den Stein können wir noch mitnehmen. Und ich höre einen Ballon. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von Teil 2 dieser langen Aufnahmesession von euch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Und dann macht's gut. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.